Rot oder Blau? Sucht euch eine von den besonderen Boxen auf shop.arisu.de aus, denn diese zwei Boxen beinhalten eine Autogrammkarte, viele coole Sachen wie zum Beispiel ein Stickerpack, mehrere Poster, ein Notizbuch im Arisu Comic Adventure Look, ein Pullover, ein Geist, noch ein Plüschtier und es gibt noch die Professor Nase Box, die hat ebenfalls einen Professor Nase als Plüschtier, eine Professor Nase Lampe und eine Tasse, die tatsächlich ihre Farbe ändern kann, wenn man da heißes Wasser reinkippt. Das Ganze ist noch nicht alles und zwar hat man nämlich die Chance noch von jeder einzelnen Box, egal ob Professor Nase oder Arisu Box, hat man die Chance auf ein Arisu Goldenes Ticket. Davon gibt es fünf Stück und die werden einfach zufällig in irgendwelche Bestellungen mit reingelegt und diejenigen, die so ein Ticket ziehen, haben dann die Chance mit Arisu gemeinsam eine Aufnahme zu machen und mit ihm gemeinsam ein Video aufzunehmen. Ich hoffe, das kleine Angebot hier gefällt euch und ich wünsche euch allen eine besinnliche Weihnacht und eine schöne Vorweihnachtszeit. Da sind wir wieder. Fische, starrelige Guardianfische. Lars, du bist ja richtig schnell unterwegs. Wie kannst du denn so schnell fliegen? Ich kann nicht mehr schwimmen. Ich gehe unter. Du bist viel schneller als ich im Schwimmen. Ich gehe auch unter, weil ich zu dick bin. Ich gehe jetzt unter. Zu viele Dings, zu viele Burger wieder. Zu viele Cheetos hast du gegessen. So, Leute. Willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge. Wir sind gerade auf dem Weg mit Lars gemeinsam. Lars hat wieder zu viele Burger gegessen. Deswegen ist es für ihn zu schnell. Wow. Alter, richtiger Turbo-Modus, ey. So. Guck mal, ich kann sogar ganz kurz so an die Oberfläche so. Wie so ein Delfin, gell? Okay, verstehe. Lars und ich sind übrigens heute hier im Amazonien-Ozean unterwegs, weil wir nämlich den Flug nicht zurückbekommen haben. Und wir sind jetzt heute hier als Elder Guardians unterwegs und wir haben hier ein bisschen uns angekündigt bei den Elder Guardians, dass wir bei denen eigentlich arbeiten wollen. Und einfach mal 24 Stunden lang so ein Elder Guardian sein wollen. Wo bist du denn jetzt hin? Ich habe dich voll aus dem Auge verloren. Ich weiß es nicht. Also ich bin hier. Boah, das ist Dings. Komm jetzt an den Eingang. Da bist du. Okay, jetzt sehe ich dich. Hey, da kommt jemand. Das ist ein Elder Guardian. Einer von den Chefs. Ist das der Meister? Hallo, Elder Guardians. Oh, hi, Meister. Alles klar bei dir? Hey, Meister. Wir sind zum Leben hierher gekommen. Wir wollen mit euch gemeinsam diesen Tempel beschützen. Die treuen Wächter des Tempels. Ja, genau. Ja, eigentlich bin ich... Nein, Lars ist eigentlich nur ein Rennwagen. Der ist heute ein bisschen in Rennstimmung. Ich bin getunter Elder Guardian. Folgt mir. Ich erzähle euch was. Komm jetzt, Lars. Wir müssen uns einmal konzentrieren jetzt hier. Oh mein Gott, Alter. Was der hier für Routen nimmt, gell? Ah, schon lässiges Zuhause eigentlich. Ich könnte es mir schon... So als Elder Guardian könnte ich es mir schon vorstellen, hier zu leben. Wir als Elder Guardians haben die Aufgabe, die wertvollen Blöcke unseres Tempels zu beschützen. Ah, die Prismarinenblöcke. Ich glaube, darauf sind die meisten Spieler ganz schön scharf, glaube ich. Denn diese Survival-Spieler wollen unser Zuhause zerstören. Oh, oh mein Gott, Alter. Hier ist der Hauptraum von denen, glaube ich. Oh Gott, hier ist sogar richtig laut drin, gell? Alter, die haben hier unten auch Emeralds und sowas gebunkert. Junge, was ist das? Oh mein Gott, die haben sogar so gelbe Blöcke. Fühlt euch wie zu Hause und bewacht unseren Tempel. Boah, sogar Diamonds haben die hier unten. Diamonds und Korallen. Diamonds. Voll die seltenen Sachen. Okay, Elder Guardian, dann werden wir gucken, dass wir das ganze Ding hier bewachen. Cooler, cooler Tempel eigentlich. Wollen wir uns den Tempel noch ein bisschen ansehen, Lars? Was denkst du, Mann? Wenn du möchtest. Ich möchte mir mal ein bisschen das Labyrinth hier ansehen. Ich muss zu meiner Position zurück, um unsere Tempelblöcke zu verteidigen. Ja, ja, mach mal ruhig. Oh, jetzt bin ich... Alter, ich komm, aber ich muss... Ich werd hier in den Strudel... Ah, hier ist ein Strudel. Oh, oh. Hier sind schon viele Strudel und voll viele... Kann man einen Fisch eigentlich ertrinken? Äh, ob ein Fisch ertrinken kann? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Dann bin ich der Erste. Ich glaube, wir können nicht ertrinken. Ah, doch, wir können in der Luft ertrinken. Hier sind so Luftlöcher. Ich glaube, wir dürfen nicht in Luft reingehen, weil wir sonst Damage bekommen. Oh mein Gott. Und was ist, wenn ich das Wasser anhalte und dann rausgehe? Was ist, wenn du das Wasser anhältst und dann rausgehst? Weiß ich nicht. Muss man mal ausprobieren. Ah, ah, ah. Hey, ich schau mir gerade hier den Tempel an. Und ich muss schon sagen, ich war noch nie als Guardian in einem Tempel unterwegs, so. Der hier gibt schon viele verwinkelte Gassen. Wow, hier ist sogar so eine Art Labyrinthweg und sowas. Krass. Hier ist sogar, oh, hier ist sogar so ein Matscheblock. Alter, ein bisschen Matschblöcke. Gehst du hin? Ich bin, äh, Alter, ich habe unseren Schwarm gefunden. Den heiligen Schwarm. Ich fahre einfach draußen wieder ein bisschen Rennen. Ich komme auch raus. Hey, du Guardian, hast du Bock, Rennen zu fahren? Ich muss auch hier rauskommen. Du hast Dings Lamborghini als älter Guardian, gell? Ich bin Speedy Gone Guardian. Lars, ich bin ein schlechter Gal. Ah, ich habe mich bei mir selber zu Hause verirrt. Warte, ne, ich doch nicht. Ich komme raus, ich komme raus. Ich habe den Weg wieder zurückgeholt. Okay, Lars. Das ist auch nicht, wo du... Ja, ich komme doch gleich raus. Das Problem ist, wir sehen einfach direkt, wir sehen komplett gleich aus, gell? So, warte, warte, warte. So, so, so. Dann von hier runter. Ich bin da. Bist du hier? Ich bin das. Guck mal hier. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Du wirst jetzt einfach nur so ein Loch in den Deckel machen können. Aber ich kann nicht abbauen, weil ich keine Hände habe. Aber hast du dir jetzt eigentlich ein Zimmer schon ausgesucht? Ich habe mir ein Zimmer ausgesucht. Guardians. Oh mein Gott. Es gibt einen Schlachtruf. Was ist passiert? Guardians. Was habe ich eigentlich hier? Contact Beam Level 4. Was ist das denn? Oh, Lars. Was ist das? Norden. Wo ist Norden? Unsere Prismarinenblöcke sind in Gefahr. Wir werden angegriffen. Lars, versteck dich. Versteck dich. Das sind Dings. Das sind Survival-Spieler. Oh oh. Oh mein Gott. Das sind halt legit Survival-Spieler. Pass auf. Oh Mann. Und dann haben sie auch noch so hässliche Skins. Oh. Endlich haben wir die gefunden. Pigolo. Die sind ja so low. Die haben nicht mal so Dings. Die haben nicht mal Rüstung. Die haben nicht mal Rüstung oder sowas in der Art. Die haben nicht mal Water Breathing. Gar nichts. Ich glaube, wir können die umbringen, Lars. Hast du eine Waffe dabei? Hast du auch so ein Contact Laserbeam? Ich kann Laser aus meinem Auge schießen. Westlich vorm Eingang. Der eine hat ein kleines Schwert in der Hand. Der andere hat irgendwie so ein komisches Item. Delfine-Tag. Der eine hat einen Spitzhacker rausgeholt und er baut ab. Okay, warte. Delfine-Tag. Angriff. Oh, wir haben gar nicht mal so eine große Range. Angriff. Angriff. Warte. Lars. Wie aus der Bahn. Wir müssen den abschießen. Bam. Oh mein Gott. Ich krieg den nicht tot, Mann. Ich schwör dir. Lars, ich krieg den nicht tot. Der ist Goldäpfel. Oh mein Gott. Ich krieg den nicht tot, Alter. Ich schwör dir. Ich kann ihn nicht mal angreifen. Der ist sowas wie unsterblich. Lars, du musst ihn angreifen. Oh Mann, ich kann nicht. Es kommt hier gerade ein Riesensturm. Was? Wo ist der Sturm? Was? Da kommt ein Sturm. Oh, oh. Was? Das ist ein Tornado? Oh mein Gott. Aber die hauen wieder ab. Wir haben denen anscheinend Angst gemacht. Warte, schieß sie nochmal ab. Also ich habe auch Attacken, aber die haben nicht immer gewirkt bei mir. Aber sie scheinen wieder abzuhauen. Sie scheinen wieder abzuhauen. Wow. Das geht gar nicht so weit. Guck mal, das ist direkt hier vorne. Ja, Mann, meins geht auch nicht so weit. Das ist nur so einen halben Meter, den man da schießt, gell? Können wir andere Elder Guardians damit umbringen? Elfin an den Griff. Ich weiß nicht, was die Waffe bringt. Die macht zwar coole Geräusche, aber ich verstehe nicht, wie man die verwendet. Okay, pass auf. Herr Zulass, wir haben sie jetzt nicht bekommen, aber wir müssen uns bei den rächen. Wo bist du? Komm mit. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt für den hin. Wir müssen uns bei dem Rächen rächen? Wir gehen uns... Wird sich das rächen? Wir gehen jetzt da hin und werden uns bei den Rächen rächen. Guck mal hier. Das ist einfach ein Hund. Die schwimmen da sogar noch. Das ist einfach ein Hund. Lass uns bei dem Hund rächen. Lass uns bei dem Hund trainieren. Ja, es funktioniert. Wir können sie doch umbringen. Oh, jetzt haben wir die Seele vom Hund hier. Und die liegt auf den Boden der Tatsachen. Okay, wir sollten aufhören, kleine, arme Hunde umzubringen. Lass das nicht gut. Lass lieber Piranhas umbringen. Ja! Roman. Was? Wo bist du? Wo bist du? Hier bin ich. Ich kann für kurze Zeit nämlich an Land gehen. Eben, weil ich nämlich der Superguardian bin. Oh mein Gott, es ist so hell oben am Land. Guck mal, was ich kann. Siehst du das? Oh Gott. Lass, ich glaube, du kriegst zu viel Schaden. Alter, ich krieg auch Damage. Wir müssen unbedingt ins Wasser. Hä? Wenn wir am Land sind, kriegen wir einfach Schaden, gell? Warte, guck mal. Aua. 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 Ich komm nicht mal an Land. Bin zu dumm. Lus, schieß ihn ab. Da sind die, da sind die. Wo sind die? Komm weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weiter weg. Nicht zu nah. Das ist der Plan. Die machen gerade einen neuen Plan, siehst du? Die wollen jetzt nochmal kommen. Okay, relax, Lass. Was sollen wir in dieser Situation machen? Wasser, halt dein Auge offen, okay? Was ist das? So machen wir das. Ich hab das Gefühl, die wollen Dings. Die wollen uns, glaube ich, nochmal angreifen. Und wir müssen denen jetzt in Schrecken einjagen oder sowas. So, dass die auf gar keinen Fall wiederkommen. Einen müssen wir mindestens... Mit einem Superpups. Lass mal mindestens einen umbringen, okay? Pass auf. Ich will endlich diese Prismarinenblöcke. Was? Aua, 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 aua. Ich möchte mindestens... Ich lade einen auf. Okay, okay. Diesmal kriegen wir sie. Und Attacke, Lars! Jetzt! Oh! Wir haben einen geholt, wir haben einen geholt. Okay, okay, okay. Boom! Jetzt haben wir den zweiten geholt. Oh mein Gott, ich krieg der nicht. Oh mein Gott, ich hab drüber geschossen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Jetzt! Ich glaube, er kriegt Angst. Ich glaube, er kriegt Angst. Und jetzt! Ja! Ja! Perfekt. Jetzt haben wir sie umgebracht. Oh! 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 Das sind Delfine, Lars! Oh mein Gott! Mit Delfinen! Es ist hier Stanlays Dings. Lars! Es sind noch richtig viele Fische hier oben. Das ist Atlantis hier. Ich schwöre dir, das ist Atlantis. Nee, eigentlich ist das nur eine versunkene Stadt. Nein! Das ist, glaube ich, Atlantis, was wir hier gefunden haben. Nein, das ist nur eine versunkene Stadt. Wie jeder andere. Ich schwöre dir, wie jede andere Stadt ist die einfach nur versunkene. Ich glaube, das ist wirklich Atlantis, was wir hier gefunden haben. Hey, weil oben schwimmen Delfine und hier sind überall so blaue, heftige. Hier sind sogar Quallen und die eine Qualle ist gerade im Turbo-Modus hochgeflogen. Was ist das denn? Hier sind auch überall so riesige Korallen. Und da ist eine Spinne! Es ist einfach eine Unterwasserspinne! Warte mal, lass die mal umbringen. Es gibt Unterwasserspinnen. Aber warte, jetzt habe ich sie wieder nicht getroffen. So, jetzt habe ich die Spinne befreit von ihrem elenden Leid. Das kann ich... Poseidon? Poseidon? Wo ist hier Poseidon? Mein Gott, das ist der echte Poseidon. Ich höre sogar rauschen. Hier ist irgendwo ein Meeres raus. Hier, hier, hier. Wo? Hier oben, hier oben. Ist das? Hier. Oh mein Gott, das ist Poseidon. Wo ist mein Tinti? Hä? Was? Alter, der hat hier irgendwie so einen Strudel oder sowas aktiviert. Hier ist voll der Wasserfall. Ich glaube, der ist wirklich sauer. Hey Poseidon! Wo ist mein Tintenfisch Tinti? Lars, ich habe das Gefühl, dass Tinti sein Haustier oder sowas in der Art ist. Wir haben gar nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, was die damit zu tun haben. Mein Herz tut weh, ich habe Tinti verloren. Tinti? Ist das dein Tintenfisch? Also, wir haben eigentlich sowieso gerade... Ich brauche Tinti! Ich glaube, da hat sich jemand nice Tintenfischringe gegönnt. Ich glaube auch, der möchte Tintenfischringe essen. Äh, Poseidon, wir können dir, glaube ich, deinen Tinti finden. Alle Fische des Ozeans sucht mein Tinti! Okay, 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 okay. Warum kann der auf einmal Blitze schießen? Das ist doch gar nicht Dings, Zeus. Das ist Dings. Das ist doch Poseidon. Poseidon kann auch Blitze schießen sein, Neustum. Ja, ah! Dann lass mal Tinti suchen. Tinti ist, glaube ich, einfach nur ein Tintenfisch. Warte, ich kann das. Ich weiß ganz genau, was die wollen. Die wollen nämlich Tinte haben. Die wollen Tinte haben? Deswegen werde ich mir hier einen Stuhl nehmen, wo sich dann Tinti draufsetzen kann. Und dann schreibst du mit Tinti, gell? Tinti! Wo soll denn Tinti überhaupt sein? Ich habe hier einen Kuchen. Mögen Tintenfische Kuchen? Nee, ich glaube, Tintenfische mögen Tinte, so Federn. Hey, da ist eine Höhle oder sowas. Du musst wie ein Tintenfisch sein, okay? Guck mal, hier ist eine Höhle. Tinti, bist du hier drin? Da! Hey, da ist Tinti! Ich habe Tinti gefunden! Ich habe ihn gefunden. In der Höhle. Ich habe ihn gefunden. Poseidon, ich war es. Ich habe ihn ganz alleine gefunden. Poseidon, ich habe ihn gefunden. Komm her, Tinti. Tinti. Komm, Tinti. Tinti, komm, 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 komm. Tinti, du bist doch so ein absoluter Kuchenfreak. Guck mal. Ja, fein, ja, guck mal. Er hört auf mich. Oh, er geht, er geht, er geht. Komm, geh zu Poseidon, Tinti. Wir müssen ganz dringend Poseidon besänftigen, weil wir es nämlich sonst Ärger bekommen. Oh, los, Tinti. Schön zu dir nach Hause. Guck mal, da ist auch so ein Monster einfach eingesperrt. Ja, du feiner Tinten, sag du. Ja, du feiner Tinten. Du, wer ist ein feiner Tinten? Wo ist mein Tinti? Oh, Tinti, komm, beeil dich mal bitte. Geh mal bitte zu deinem Härschen, weil sonst kriegen wir noch. Oh, guck mal, da ist doch dein Tinti, ja, Poseidon. Tinti und Poseidon, wieder vereint. Oh, da ist er froh. Okay, der gute Tinti ist jetzt endlich wieder fröhlich. Alles klärchen. Ja, ein Unterwasserkuchen für euch. Ein leckerer Unterwasserkuchen für Tinti und Poseidon. Okay, da bist du ja, mein Liebling. Okay, gut. Wir werden diese Love-Story zwischen Poseidon und Tinti jetzt mal nicht weiterführen und hoffen auf jeden Fall, dass ihr eure Folge euch gefallen hat. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt uns gerne in die Kommentare. als was wir nächstes als 24 Stunden leben sollen. Hier sind überall ganz viele Delfine und Fische. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, Leute.